Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klembau-Steinbaus. Heute mal wieder zu einem Lego-Set und zwar einem Lego-City-Set und zwar der 0137. Der kreative deutsche Name ist Abschleppwagen auf Abwegen und auch für den englischen Markt haben sie eine tolle Alliteration gefunden. Und zwar heißt dort das Set Towing Truck Trouble. Das ist fast ein Zungenbrecher würde ich sagen. Ich könnte ja gerne mal das Video anhalten und dreimal schnell nacheinander Towing Truck Trouble sagen. Auf jeden Fall besteht das Set einmal aus zwei Polizisten auf Motorrädern und eben einem Abschleppwagen und einem Tresor, der mit Geld und einem Diamanten gefüllt ist, den man entweder erfolgreich klauen kann oder man ist auf der Seite der Polizisten und schnappt sich eben den bösen Buben. Das Set hier ist aus 2017 und hatte damals eine UVP von 19,99 Euro. Man bekommt es jetzt sogar neu noch auf Amazon für 21 Euro. Und gebraucht muss man dafür ungefähr 13 bis 14 Euro bezahlen. Und das habe ich auch dafür bezahlt. Insgesamt waren es dann am Ende 14 Euro. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, damals ist dieses Set komplett an mir vorbeigegangen und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was mich hier erwartet. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die Lego City Reihe momentan meines Erachtens echt an einem Tiefpunkt angekommen ist und ich auf jeden Fall gespannt bin, ob man davon 2017 auch schon was gemerkt hat. Oben auf der Verpackung haben wir nochmal eine 1 zu 1 Abbildung vom Bösewicht. Dann haben wir die zwei Kollegen, die den Bösewicht jagen. Und auf der Rückseite sehen wir noch so ein paar Spielszenen abgebildet. Einmal eben, wie der Tresor aufgebrochen wird, wie man ihn an das Set anhängen kann und natürlich die wilde Verfolgungsjagd. Und dann haben wir natürlich dazu noch die Anleitung. Die ist klammergebunden und wie wir das von Lego kennen, in einer ordentlichen Qualität. Es wird nichts ausgegraut, sondern weiterhin alles in Vollfarbe dargestellt. Und insgesamt bauen wir hier auf 62 Seiten. Hier habt ihr auch nochmal die Teilliste zum Set. Wenn euch das Ganze interessieren sollte, könnt ihr euch das Video wie immer gerne anhalten. Ich fange jetzt auf jeden Fall anzubauen und wir sehen uns noch den ersten wichtigen Bauschritten wieder. Der Bau ist hier unterteilt in zwei Bauabschnitte und eben auch zwei Bauabschnittstüten. Und wir sehen uns das erste Mal nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Und zwar haben wir da einmal diesen Safe hier gebaut. Das ist eine sehr einfache Konstruktion und im Inneren befindet sich dieser wunderschöne Edelstein, den der Verbrecher klauen kann. Ich finde, das ist ein wunderschönes Teil. Und dieser innere Tresorbestandteil und darin haben wir nochmal drei Lego-Geldscheine. Und dann haben wir noch die zwei Polizeimotorräder. Sind Standardmotorräder mit Polizeistickern. Die Sticker wurden vom vorherigen Besitzer aufgebracht. Und hier habe ich jetzt den männlichen Kollegen drauf sitzen. Der hat die Handschellen noch in der Hand. Und den finde ich als Polizeifigur auf jeden Fall gut. Er ist vorne bedruckt, auf dem Rücken bedruckt. Und das ist wirklich alles, was ich als Polizeifigur brauche. Dasselbe gilt für dieses wunderschöne Motorrad hier. Auch leider wieder viele Sticker, aber auch ein Print. Und eben die Kollegin, die hat jetzt noch die Kelle in der Hand, ist auch vorne bedruckt und auf dem Rücken bedruckt. Die hat auch ein Wendegesicht, aber das ist doch sehr merkwürdig. Und das hier, der männliche Kollege, hat kein Wendegesicht. Also wenn man bisher auf Polizeimotorräder und einem auf Cyborg-Frau steht, dann hat man hier auf jeden Fall alles, was man braucht. Das ist natürlich noch der kleinere Teil. Im zweiten Bauabschnitt, mit der zweiten Bauabschnittstüte bauen wir den Abstepptruck. Und ich bin mal sehr gespannt, wie der hier performen wird. Wir sehen uns also gleich mit dem fertigen Set wieder. Und fertig ist auch der Abstepptruck, der dann auf den Abwegen fährt. Und ich finde den wirklich ganz gelungen. Ich zeige euch aber erstmal das gesamte Spielfeature hinter dem Ding. Wir haben ja den Tresor, den können wir an den Abschlepptruck hinten ranhängen. Und dann, logischerweise, können wir mit dem Abschlepptruck eben fahren und den Tresor hinter ihm herziehen. Und was ich daran wirklich cool finde, ist, wenn wir hier so rumfahren, nach und nach, dann habt ihr das gesehen? Dann fallen hier diese Geldstücke raus. Wir haben ja drei solche Geldstücke. Und im Tresor ist ja hinten so ein kleines Loch. Macht das jetzt nicht zu dem besten Tresor der Welt. Aber dieses Spielfeature ist es auf jeden Fall cool. Weil so kann der Räuber wirklich durch die Stadt fahren, versucht eben das Geld wegzubringen. Und dann fliegt das Geld raus. Und am Ende hat der Räuber vielleicht alles verloren. Außer den wunderschönen Diamanten, der natürlich drin bleibt. Und währenddessen kann man ihn ja auch noch super mit den zwei Polizisten-Motorrädern verfolgen. Das ist natürlich jetzt kein weltbewegendes Spielfeature. Aber mir gefällt das für ein Lego City Set. Und mir macht es wirklich Spaß, mit diesem Fahrzeug hier rumzufahren und den Tresor hinter sich her zu schleifen. Mich erinnert das ja so ein bisschen an eine bestimmte Szene aus Fast in the Furious. Ich mache aber jetzt mal den Tresor ab, dass wir uns auch den Abschlepp-Truck noch genauer anschauen können. Und der Abschlepp-Truck ist natürlich sehr einfach aufgebaut. Wir haben hier so Klappgelenke dran, aber dadurch kann man auch den Abschlepparm hoch und runter bewegen. Und er ist detailliert genug für einen Lego City Abschlepp-Truck. Die Sticker sind wie gesagt vom Vorgänger herangemacht worden. Und alles was ihr hier seht, sind Sticker, leider keine Prints. Wir können auch bei diesem Truck mal das Dach abnehmen. Und dann sehen wir, wir können den Bösewicht hier sogar reinsetzen. Denn es gibt noch Sitze. Und es gibt ein Lenkrad. Unglaublich, oder? Es gibt tatsächlich noch ein Lenkrad. Und jetzt liebe Kinder, die nur die aktuellen Lego Sets kennen sollten, zeige ich euch etwas, was ihr nicht mehr für möglich haltet. Dieses Set hat Türen. Man kann bei dem Set tatsächlich Türen öffnen. Das gab es mal bei Lego. Ich weiß, ihr kriegt jetzt alle den Mund nicht mehr zu. Der Innenraum ist natürlich sonst sehr spärlich, aber gut, auf die Größe hätte auch nicht viel mehr reingepasst. Und es ist hier eben noch alles dabei, was ich in einem Lego City Set brauche in so einem kleinen Fahrzeug. Das macht es jetzt nicht zum Überflieger-Lego City Set. Und auch hier sieht man schon, es wurde an der einen oder anderen Stelle etwas weggespart. Aber wenn man das mit den heutigen Sets vergleicht, ist hier ja noch ein Traumanteil drin. Also insgesamt gefällt mir das Ganze als Lego City Spielset schon ganz gut. Es ist besser als heutige Sets. Natürlich nicht so cool wie in der Hochzeit von Lego City. Aber man bekommt das Set eben auch noch relativ günstig, wenn man sich da Zeit lässt und hin und wieder einfach mal schaut, ob es mal Rabatte gibt oder man es gebraucht für einen guten Preis bekommt, bezahlt man hier nicht viel mehr als 13, 14 oder 15 Euro. Und wie gesagt, neu kostet es ungefähr so viel wie damals die UVP war. Wäre mir jetzt zu teuer hier 21 Euro für auszugeben. Aber wir haben noch nicht solche Mondpreise erreicht wie bei anderen EOL-Sets. Auch hier sieht man schon Sparmaßnahmen. Aber es wurde hier eben nicht so viel weggespart, dass man keinen Spaß mehr damit haben kann. Weil Spaß kann man hier noch haben. Man kann hier ein paar Spielsänen machen. Und man braucht hier noch nicht nur die Fantasie des Kindes, um Spaß zu haben. Dementsprechend gibt es von mir auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung für dieses Set, wenn ihr mal günstig rankommen solltet. Falls ihr natürlich das Set selber besitzt, schreibt gerne wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. und ihr helft der Community damit sehr weiter. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.